Hallo ihr Lieben, hier ist Michael Nagula vom AMRA Verlag. Ihr wisst ja vielleicht, dass wir am 2. und 3. November einen Channeling-Kongress in Taufkirchen bei München abhalten, zusammen mit dem Echnaton Verlag der Diana Schulz. Und die Referenten sind großartig. Pavlina Klemm, Kerstin Simoné, Christine Woid, Peter Herrmann, Susanne Hirsch, Bettina Büx, Wader Hasselmann nicht zu vergessen. Wahnsinnig viele, oh Gott, ich habe die Augen verdreht. Aber ich bin begeistert. Wir freuen uns wahnsinnig. Wir sind schon sehr aufgeregt. Und wir möchten euch bitten, wer immer jetzt noch zögert, meldet euch an. Es wird eine gigantische Geschichte. Und wir freuen uns alle sehr darauf. Also, dann wünsche ich euch viel, 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 viel Freude und Entscheidungsfreude. Und dass ihr euch bitte anmeldet, wenn ihr ein Interesse daran habt, dass ihr die Channelings erlebt, die von diesen wundervollen Medien in die Welt gebracht werden. Das Ziel dieser ganzen Angelegenheit ist die Stärkung unserer inneren Kraft, unseres Selbstbewusstseins, unserer Selbstverantwortung. Ich denke, es werden einige Dinge dort passieren, die, sagen wir mal so, ohne diese Veranstaltung wahrscheinlich dem jeweiligen nicht positiv widerfahren werden. Okay, ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Und vielleicht sehen wir uns ja da am Wochenende des 2. und 3. November. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.channeling-kongress.de. Alles, alles Liebe. Bis dann. Ciao.